Wer sich mit modernen Kaffee-Vollautomaten beschäftigt, der kommt heutzutage an den Modellen vom Hersteller Philips nicht mehr vorbei. Denn die leistungsstarken und oftmals auch preis-leistungstechnisch hervorragenden Geräte überzeugen durch viele Funktionen und Einstellungen und auch eine sehr gute Zuverlässigkeit bei wie gesagt meist noch sehr fairen Preisen. In diesem Video wollen wir uns deshalb die drei besten Philips Kaffee-Vollautomaten aus drei unterschiedlichen Preisklassen genauer anschauen. Hier wird auf jeden Fall ein passendes Modell für dich und deine Ansprüche dabei sein. Bleib also unbedingt bis ganz zum Schluss des Videos dran. Nach dem Video schau auch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Unter diesem Video haben wir dir hier alle vorgestellten Kaffee-Vollautomaten mit den wichtigsten Infos und der Möglichkeit diese auch zu bestellen verlinkt. Starten wir nun gleich mit dem absoluten Bestseller aus dem Vergleich, dem Philips Serie 2200. Der relativ simple und auch kompakte Kaffee-Vollautomat aus der Einsteigerklasse von Philips kann durch die Zubereitung von zwei verschiedenen aromatischen Kaffeegetränken auf Knopfdruck überzeugen. Neben einem klassischen normalen Kaffee kann man hier auch eine Espresso-Version brühen lassen. Und das entweder einzeln oder auch in der Doppelbrühfunktion durch die zwei Tassen Kaffee bzw. zwei Espresso gleichzeitig gebrüht werden können. Für ein immer perfektes Kaffee-Aroma sorgt das äußerst fein abgestimmte Keramikmalwerk, die speziellen Brühtemperatureinstellungen und auch das Aroma-Extrakt-System, welches für die richtige Balance zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung sorgt. Die Stärke des Kaffees sowie auch die Füllmenge lassen sich dann aber auch noch ganz individuell in verschiedenen Stufen einstellen. So kann man sich seine Lieblingskaffee mit dem genau richtigen Aroma einstellen und personalisieren. Über die praktische Milchaufschäumdüse lässt sich dann auch Milch aufschäumen und erhitzen, sodass hier verschiedene Milchkaffeegetränke möglich werden, auch wenn diese über einen kleinen Umweg zubereitet werden müssen. Es ist kein Wunder, warum es sich bei der Serie 2200 von Philips um den absoluten Bestseller handelt. Denn neben den zwei recht klassischen Funktionen bietet das Modell auch noch weitere Funktionen und auch einfach einen generell sehr leckeren Kaffee für den mit Abstand günstigsten Preis im Vergleich. Alles weitere zum 2200 von Philips, dem besten Modell der Einsteigerklasse, über den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere zum Modell durchlesen und diesen Vollautomaten vielleicht auch dann direkt bestellen. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir euch den Philips 2300 vorstellen. Dieses Modell kommt mit dem sogenannten Latte-Go-System von Philips. Bedeutet, er hat einen integrierten Milchbehälter, mit dem man Milchkaffeegetränke auch gleich auf Knopfdruck brühen kann. Damit werden bis zu vier verschiedene Kaffeegetränke möglich. Neben einem klassischen Kaffee und Espresso ist jetzt hier zum Beispiel auch ein Kaffee-Creme oder ein Cappuccino möglich. Abgesehen von dem Latte-Go-System mit den mehr auszuwählenden Kaffeegetränken kann es durch die so ziemlich selben Funktionen wie die 2200 überzeugen. Sie hat eine Aroma- und Füllmengeneinstellung dabei, die Doppeltassenfunktion für das Zubereiten von zwei Espresso gleichzeitig. Sie hat die perfekt abgestimmte Aromatechnologie, welche für einen sehr vollmundigen Kaffee sorgt und ist auch von den Abmessungen und Volumina sowohl beim Bodenbehälter als auch beim Wassertank mit der 2200 gleich auf. Was sich ändert, ist eben wie gesagt hier die Milchkaffee-Funktion und hier auch insgesamt zwei mehr Kaffeespezialitäten. Außerdem kann das Modell auch noch durch ein etwas leiseres Malwerk überzeugen, welche eine sogenannte Silent Brew-Funktion, also ein besonders leises Brühen ermöglicht. Mehr Funktionen und vor allem auch mehr Getränke, die die 2300 von Philips bietet. Und wer vor allem gerne und häufig Milchkaffee konsumiert, der sollte sich unserer Meinung nach hier zumindest noch etwas umschauen. Alles weitere zur 2300 über den zweiten Link in der Beschreibung. Für Leute, die echte Kaffee-Liebhaber sind und auch gerne die Auswahl zwischen unzähligen verschiedenen Sorten genießen, die sollten jetzt unbedingt noch dranbleiben. Als drittes und letztes möchten wir euch das Premium-Modell aus dem Vergleich vorstellen, die extrem beliebte Serie 5500. Dieses Modell kommt auch gleich integriert mit dem Latte-Go-System und damit insgesamt 12 verschiedenen Kaffeespezialitäten, die hier direkt per Knopfdruck auswählbar sind. Aussuchen kann man sich hier seinen Lieblingskaffee über das große Touch-Farb-Bedienpanel an der Vorderseite. Dieses sorgt für eine besonders benutzerfreundliche Handhabung der 5400. Denn nicht nur kann man sich hier seinen Lieblingskaffee auf Knopfdruck direkt auswählen, sondern diesen auch noch sehr übersichtlich und einfach in der Aromastärke, Füllhöhe und Milchschaummenge anpassen. Auch kommt die 5400 mit den größten Kapazitäten beim Bohnenbehälter und Wassertank, kommt wie gesagt mit der einzigartigen Touchscreen-Steuerung, die dem Modell auch nochmal einen besonders modernen Touch verleiht und hat hier die Milchgehalteinstellung noch dabei, eine ebenfalls zusätzliche Funktion, die nur dieses Premium-Modell ermöglichen kann. Ansonsten bei den reinen Hardware-Fakten sind hier die typischen Komponenten verbaut, das Keramikmalwerk, das Aroma-Extrakt-System für die richtige Balance zwischen Aromaentfaltung und Brühtemperatur, alle möglichen Reinigungsfunktionen, die man von den vorherigen Modellen auch kennt und auch die Doppeltassen-Funktionen sind hier alle dabei. Aber eben wie gesagt eine schon doch sehr, sehr gute und innovative Steuerung und wie gesagt die Auswahl von unzähligen verschiedenen Kaffeespezialitäten, die man wie gesagt alle auf die eigenen Anforderungen ziemlich exakt anpassen und dann auch in einem von vier Benutzerprofilen abspeichern kann. So kann man sich seine Lieblingsgetränke in seinem Benutzerprofil abspeichern, was auch noch drei andere Personen können und dann immer ihre Lieblingsspezialitäten, wie gesagt mit nur wenigen Knopfdrücken brühen können, ohne das Ganze alles noch einmal einzustellen. Nicht zuletzt möchten wir vor allem auch noch mal das hochwertige Design dieses Premium-Modells vorstellen. Die Grundelemente mit den geschwungenen Formen sind gleich geblieben, aber die 5400 überzeugt hier vor allem auch durch viele Chrom- und Edelstahl-Elemente, durch die sie sich noch einmal von den etwas günstigeren Modellen des Herstellers absetzt. Also auch optisch ein absolutes Premium-Modell unserer Meinung nach. Wenn du dich jetzt noch weiter zur Serie 5400 von Philips informieren oder dieses starke Premium-Modell vielleicht auch gleich bestellen möchtest, schau jetzt gerne mal über den dritten Link in der Beschreibung vorbei.